Hat Ralf Rangnick mit dir schon geredet? Ich habe mit Ralf Rangnick einen sehr guten Draht, weil wir kennen uns seit über 20 Jahren, weil wir zusammen bei Arsenal, bei Arsene Wenger hospediert haben und wir uns da sehr, sehr nahe gekommen sind. Wir haben immer wieder auch Austausch gehabt, sportlich in den Jahren, wo er in Deutschland Trainer war und ich in Österreich und wir verstehen uns, glaube ich, sehr gut und ich schätze ihn sehr. Und wir haben natürlich Austausch gehabt und haben uns auch besprochen.